Überragend, so wie die Männer das abgeliefert haben heute. Ich muss schon sagen, richtig geil. Warum nichts? Eigentlich, wir wissen immer, wenn wir unsere Spiele machen, kann alles passieren. Wir haben schon nicht mitgerechnet, dass wir gewinnen, aber wir haben das erweitert. Vielleicht nicht 6-0, aber 2-0 auch. Ja, wir wollten schon draufgehen von Anfang an, natürlich auch mit voller Wucht rein, aber trotzdem immer hinten erstmal absichern. Das ist eigentlich unsere Devise und hat dann auch ganz gut geklappt. Natürlich die frühen Tore haben uns in die Karten gespielt. Ja, wie immer eigentlich. Wir wollen immer offensiv spielen. Wenn das nicht geht, dann müssen wir zurücktreten. Aber heute ging es einfach gut und hat gesehen. Das werden wir sehen. Wir wollen natürlich, gefällt es uns da oben, ist klar. Aber das ist jetzt nebensächlich und wir wollen von Spiel zu Spiel gehen. Ein Bild. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht.